Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal. Los geht's! Karriere Jedes Risiko, das Sie bei Ihrer Arbeit eingehen, wird sich mit Sicherheit auszahlen. Sie befinden sich in einer Position großer Macht und haben großes Selbstvertrauen. Lassen Sie diesen wunderbaren Vorteil nicht ungenutzt verstreichen. Haben Sie Vertrauen in sich selbst und andere werden Vertrauen in Sie haben. Gesundheit Es ist manchmal schwierig zu wissen, was wir fühlen. Jeder wird mit der Frage, wie geht es Ihnen, konfrontiert. Aber nur wenige Menschen halten tatsächlich inne und fragen sich selbst, um eine echte Antwort zu erhalten. Beginnen Sie, sich täglich selbst zu überprüfen. Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie sich fühlen, ist das in Ordnung, aber fangen Sie einfach an, die Frage ernst zu nehmen. Sie ist sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Wie alles andere auch, wird es mit der Zeit immer einfacher und Sie werden immer besser in der Lage sein, Ihrer Gesundheit zu dienen. Liebe Die aktuelle Astralenergie ermöglicht es Ihnen, zu erkennen, wie sehr Sie sich in dieser aktuelle Beziehung verstrickt haben und ob dies gesund für Sie ist oder nicht. Es ist in Ordnung, wenn Sie beide in der Gesellschaft des anderen glücklich sind und Fortschritte machen, aber wenn einer oder beide von Ihnen etwas zurückhalten, dann ist es besser, wenn Sie ehrlich zueinander sind. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lernen Sie, sich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren. Die Vergangenheit ist unveränderlich, also ist es sinnlos, über Sie nachzudenken, es sei denn, Sie wollen sicherstellen, dass Sie die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Die Zukunft ist nur ein Ergebnis Ihres heutigen Handelns. Lernen Sie also aus der Vergangenheit, um es in der Gegenwart besser zu machen, damit Sie in der Zukunft erfolgreich sein können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, zu Ihrem neuen Horoskop. Bis dann!